Hallo, freut mich sehr, dass du wieder reinschaust. Wir gucken uns heute die Combat Machanoids, genau wie die Pollution und die Super Machanoid Bosses an. Damit sind wir hier im Teil 2 des großen Biotech Previews. Ich werde das wieder so ein bisschen aufarbeiten. Das sind letzten Endes einfach nur die Artikel, die auf Steam quasi verlinkt werden, beziehungsweise die Previews. Und ich gebe so ein bisschen meinen Senf dazu. Wir gucken uns das so ein bisschen durch. Ich werde das nicht alles übersetzen, wie beim letzten Mal auch schon, aber so das Wichtigste rauspicken und wie gesagt meine eigene Meinung dazu quasi dann kundtun. So, also heute in dem Artikel werden wir, den werde ich wahrscheinlich in zwei Teile teilen, weil das ist echt eine Menge, Menge Holz. Ich kann ja einfach mal durchscrollen. Es geht ja später dann auch noch um die Pollution. Hat dann auch nochmal einen riesen Anteil. Deswegen, wir gucken uns das ganz entspannt an. Heute sind dann erstmal in diesem Video die Machanoid Commanders dran. Natürlich auch wie die verschiedenen Kampf-Macks, die dann später, naja, mit in deiner Basis stehen werden, beziehungsweise mit in unseren Basis stehen werden. Und hoffentlich dann natürlich gegen andere Max kämpfen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, auf jeden Fall, da habe ich das schon so ein Stück weit erklärt, worum es jetzt geht. Wir fangen dann an mit den Machanoid Commanders. Und da werde ich so ein bisschen jetzt auf den Zug aufspringen, den ich gestern eigentlich schon losgeschickt habe. Nämlich, ich habe mich ja in diesem einen Absatz, vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht habt ihr das Video gesehen, habe ich mich ja sehr darüber gefreut, dass es jetzt, ich denke, eine andere Art und Weise zu kämpfen in Rimworld gibt. Und darauf wird hier in den Absätzen vor allen Dingen eingegangen. Also grundsätzlich, ich erzähle vielleicht erst nochmal, um was es hier grundsätzlich geht. Also grundsätzlich gibt es drei verschiedene Commander. Ich denke mal, da sind auch dann die Bosse gemeint. Das wird jetzt hier nicht so explizit erwähnt, aber da sieht mir sehr bosshaftig aus, was die hier machen. Die kann man sich tatsächlich auf die Karte rufen. Dazu kommen wir dann, wie gesagt, gleich nochmal. Da auch war jetzt mein Intro hin deutend, dass man halt auf andere Art und Weise kämpft. Aber grundsätzlich erstmal, warum würde man überhaupt sowas einführen? Naja, also grundsätzlich halt erstmal, um eine neue Challenge zu geben. Das ist ja relativ normal, dass mit einem neuen DLC dann auch eine andere Art von Challenge immer noch dabei ist. Wir erinnern uns, das war halt in Royalty der Mech Cluster, der zum ersten Mal dann auf deine Karte geplumpst ist und dann plötzlich eine Base, eine Mechanoiden Base auf deiner eigenen Karte begründet hat. Dann gab es ja mit Archaeology die Pre-Trades. Das war ja auch eine weitere Herausforderung. Ein sehr bekommter Versuch, deine Mauern zu überwinden. Und ich vermute mal, das wird jetzt vermutlich, also ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es da noch eine andere Challenge, aber das wird vermutlich dann die große Challenge von Biotech, die dann hier auf uns zukommt. Und das hat eigentlich nicht nur den Grund, dass man jetzt irgendwie dann, weiß ich nicht, einen neuen Haufen Feinde auf die Base zufliegen lässt und dann halt eben seine Stärke testet, sondern es hat ganz praktische Gründe. Denn man bekommt schöne Technologie von denen. Da wird das im Einsatz, im Eingangssatz wird das beschrieben, man soll sie quasi vernichten und dann kann man von ihren toten Leibern und von ihren Smokinghüllen, ich weiß nicht genau, ich übersetze das sehr wild, auf jeden Fall kann man davon dann schöne Chips bekommen und Advanced Mechanoid Technology. Also genau das, was wir natürlich haben wollen, um eigene Mech-Armeen aufzubauen. So, und ja, im Grunde genommen ist das auch schon das Wichtigste. Ansonsten kann man noch dazu sagen, dass jeder Mechanoid Commander halt eine andere Art von Mechanoid Ship, dann halt auch wirklich, also ein Landungsschiff dann quasi auch landen lässt. Da sind dann natürlich unterschiedliche Arten von Gegnern drin und natürlich auch ein, ich sag mal, immer andersartiger Boss. Da gehen wir dann gleich auch nochmal speziell drauf ein. Da gibt es, wie gesagt, drei Typen, habe ich ja schon erwähnt. Und ja, wie gesagt, das Wichtigste auch hier nochmal erwähnt, man bekommt halt Ressourcen daraus und natürlich auch Technologie, um dann halt seine eigenen Machinators upzugraden, beziehungsweise dann vor allen Dingen auch High-Tier-Mechs zu bauen. Also es hat mehrere Gründe, natürlich zum einen die Infrastruktur upzugraden und natürlich sein, letzten Endes mit dem Upgrade der Infrastruktur ist das ja auch immer gleichzeitig ein Upgrade des Machinators und naja, dann natürlich gleichzeitig brauchst du auch die speziellen Gehirne, beziehungsweise die Subpersonas, die speziell für die hoherwertigen Mechs dann der Fall sind oder gebraucht werden. Die bekommt man also auch dann eben daraus. Und ja, man soll auf diese Art und Weise dann früher oder später der Unstoppable McLord werden. So ist zumindest der bisschen edgy beschriebene Einleitungssatz. So, dann würde ich fast sagen, wir gucken uns einfach mal das Bild an. Das habe ich bei meiner letzten Beschreibung auch immer ganz gerne gemacht. Ich hoffe, ich komme hier gleich wieder zurück, das werde ich dann mal testen. Ja, wie man sieht hier, vollgestopfte Regale, gefällt mir sehr. Ich habe gestern so ein bisschen im Stream die neue Version 1.4 angetestet. Da sind erstaunlich viele Sachen schon dabei. Einige, die mir gar nicht bewusst waren. Aber tatsächlich, was ich nicht getestet habe, sind die Regale. Das sieht erstmal auf den ersten Blick relativ wild aus. Aber auf der anderen Seite ist es... Also ich habe es tatsächlich leider nicht benutzt, die Regale, in meinem eigenen Playthrough. Da war natürlich auch hier nur ein paar Stunden angetestet. Aber es sieht tatsächlich ziemlich aufgeräumt. Also auf der einen Seite sehr vollgestopft, aber auf der anderen Seite auch sehr aufgeräumt. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, das hier war vorher halt wahrscheinlich ein komplett überfülltes Lager. Das sind halt jeweils drei Stacks. Das muss man sich jetzt überlegen. Das ist dann einmal Steine, zweimal und dreimal. Und dann... Also dieser ganze Raum ist wahrscheinlich hiermit voller mit Materialien, als das der Fall wäre, wenn natürlich jetzt alle... Wenn jetzt hier keine Regale drin stehen würden. Deswegen, das sieht ein bisschen geknollt aus. Aber auf der anderen Seite sehr viel aufgeräumter, aber vor allen Dingen natürlich auch sehr viel übersichtlicher. Und so leicht kann das gehen. Man braucht letzten Endes nur ein paar Regale. Und ich habe auch kurz darüber nachgedacht, als ich die Regale so ein Stück weit vorgestellt hatte. Reichen denn drei Stacks aus? Ist das dann jetzt, sag mal in Anführungszeichen, genug für so ein Regal, was man da aufbaut? Und ja, ich denke schon. Weil ganz ehrlich, das ist, glaube ich, die Schmerzgrenze von... Wir stopfen hier so und so viele Produkte rein und dann verlieren wir halt komplett die Übersicht, was jetzt hier auf diesen einen Stack... Letzten Endes sind das ja trotzdem ein Stack mit drei Produkten drin oder mit drei Produktstacks. Aber es ist trotzdem, es erspart eine Menge Platz, denke ich, sind wir uns alle einig. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem noch übersichtlich genug, dass man auch hier gerade bei sehr großen und sehr ausfüllenden Stacks hier mit drei verschiedenen Gütern, dass man trotzdem noch sehen kann, was Phase ist. So, aber wir wollen ja eigentlich hier nicht über die Regale reden. Das nur mal so kurz zur Erklärung. Man sieht hier übrigens mal wieder, ich denke, das ist ein Kind, was angeschossen wurde. Übrigens nur mal so, naja, ich erwähne es nochmal so. Oh, die Screenshots geben schon immer sehr viel auch von dem anderen Gameplay her. Also da ist durchaus... Können wir mal wieder einen Sneak Peek betrachten. Ich habe immer wieder Leute im Chat, die dann fragen, Mensch Chris, was denkst du denn? Wie werden die denn die Kinder einsetzen und kann man damit wirklich alles? Ja, kann man. Also offensichtlich ist es alles möglich. Offensichtlich. Und ja, hier sehen wir übrigens auch sehr gut. Habe ich ja gestern auch so ein bisschen fabuliert drüber. Wie könnte das denn aussehen? Was nimmt man dann hiermit zum Kampf? Das sind offensichtlich, also die Färbungen sind dann logischerweise die verschiedenen Seiten. Offensichtlich sind die blauen Mechs in diesem Fall die Mechs, die auf der Seite der Kolonie kämpfen. Hier sieht man beide Tanks im Einsatz. Also das sind halt offensichtlich die Miner, die natürlich auch gleichzeitig als Tank eingesetzt werden sollen. Hier sieht man auch, glaube ich, so ein Stück weit schon so ein Schild. Kann ich da noch näher heranzoomen. Das ist anscheinend ein Schild. Oder kann auch sein, dass das eine Explosion ist von einem von denen hier. Könnte natürlich, wie gesagt, ein Schildgurt sein. Haben die ja mit drauf. Und die tanken offensichtlich einfach erstmal die Schnitter. Und auch hier sieht man schon mal, das sind verschiedene Arten von Mechs, die man hier auf seine eigene Seite holen kann. Das hier ist, ich weiß nicht genau, was ist es? Das dürfte neu sein. Das ist auf jeden Fall eine Waffe eines Bikiniers. Der wird auch offensichtlich anvisiert von dieser... Wir werden gleich noch herausfinden, was das ist von diesem Commander hier. Und das sind natürlich die normalen Lancer. So, das sind die normalen Schnitter. Alles klar soweit. Und die hier sind auch neu. Ich glaube, das sind die Schrotflinten-Mechs, die wir bestimmt auch heute noch sehen, bin ich mir relativ sicher. Ansonsten ist hier eine Menge Feuer. Also, ich bin mir nicht sicher, was hier den Brand auslöst. Also, man kann jetzt natürlich nur darüber spekulieren, was das hier ist. Offensichtlich ist das eine große AOE-Attacke. Offensichtlich muss der ein bisschen anvisieren. Also, ich vermute mal, das ist vergleichbar mit einer Superwaffe wie mit einem Doomsday oder sowas. Da hat man halt eine relativ hohe Anvisierungsdauer. Aber wenn das dann durchgeht, dann ballert das halt richtig rein. Und ich gehe stark davon aus, da sonst keiner hier Feuer dabei hat. Weil, wie gesagt, das hier sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schrotflinten-Bots. Wird wahrscheinlich die Feuerattacke von ihm her kommen. Also, ich gehe stark davon aus, das ist so eine Inferno-Kanone auf Steroide. Ansonsten kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, wo so viel Feuer her kommen soll. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Explosionen auslösen. Weil offensichtlich waren hier ja Wände. Das ist ja offensichtlich nicht einfach eine Riesentür hier. Und deswegen gehe ich stark davon aus, auch sonst hat niemand was Explosives dabei. Hier, das weiß ich nicht genau, was das ist. Das könnte theoretisch gesehen Flammenwerfer sein. Aber, wie ihr seht, nichts davon ist in irgendeiner Art und Weise explosiv. Jetzt liegt natürlich noch so ein großes Ding rum. Das weiß ich nicht genau, was das gemacht hat. Aber ich würde jetzt einfach mal wetten, das hier ist sehr heiß und sehr explosiv, was uns da angreift. So, wir sehen hier einen dieser Machinator. Wir sehen auch hier unten noch einen zweiten. Also, offensichtlich kann man auch durchaus relativ easy mehr davon haben. Man sieht auch hier die neuen Rucksäcke. Die sind jetzt zu einem großen Teil schon mit in der 1.4 enthalten. Das ist jetzt nicht, also kann man theoretisch gesehen schon einen Blick drauf werfen. Die haben übrigens auch das Smokepack, haben sie tatsächlich auch in einen Rucksack umgewandelt. Genau wie diesen Formwerfer. Der wäre übrigens an dieser Stelle wahrscheinlich super praktisch. Und ja, ich glaube sonst so viel mehr können wir da gar nicht rausnehmen. Man sieht hier wurde ein Teil gedroppt. Das ist offensichtlich eines der wertvolleren Teile, denn ich gehe stark davon aus, dass hier war ein Commander. Und offensichtlich bekommt man das nicht aus jedem Mech raus. Wobei jetzt, ich sehe tatsächlich gar keinen Mech, der jetzt hier wirklich von den Feinden schon gestorben ist. Weiß ich auch nicht, ob die von hier unten kommen oder ob die wirklich mitten in der Base gelandet sind. Denn, das ist ja auch wichtig, wir haben ja eben schon quasi erfahren, man ruft sich den Kram ja selber ran. Dann muss man natürlich gucken, wo man sich das ran ruft. Denn irgendeine Art und Weise gibt es ja diesen, dieses Signaler, dieses Gebäude, wo man halt wirklich dann die Signale ausschickt. Und, also es kann halt natürlich sein, dass diese Person das hier mitten in der Base gemacht hat. Da sind offensichtlich ein paar Sachen kaputt gegangen. Das können aber auch einfach nur die Lampen gewesen sein. Ist jetzt eine Menge Spekulationen, muss auch wahrscheinlich gar nicht so ins Detail sein. Ich versuche jetzt mal irgendwie hier zurückzukommen, wenn ich das hinbekomme. Rieche ich das irgendwie? Ja, ich habe es geschafft wieder aus dem Bild herauszukommen, war gar nicht so einfach. Und auf jeden Fall wollen wir da jetzt natürlich mal weitersuchen, was uns der Text so hergibt. Also weniger meine Rumspekulierung mehr, mal vielleicht an die Fakten halten. Das schadet ja auch nicht. So, also, was ist der Sinn des Ganzen? Habe ich ja eben schon erwähnt, grundsätzlich erstmal, um ein bisschen an Loot zu kommen. Und natürlich vielleicht auch, um die eigene Stärke zu testen. Was haben die sich dahinter gedacht? Also letzten Endes sollen diese Super-Mechanoids, die sollen in allererster Linie so eine Art Milestone-System bilden. Die halt vor allen Dingen die Mechanoid, also diesen Mechanoid-Vater so ein Stück weit beschreiben. Also zum einen sollen die natürlich Stück für Stück stärker werden. Zum anderen ist das aber auch ganz deutlich und ganz klar mit dem Machinator halt verbunden, also mit dem Pfad des Machinators. Im Grunde könnte man also sagen, dass was für Royalty oder, ja, für Royalty tatsächlich die Quests sind, um an Ehre zu kommen, ist halt das hier für den Machinator. So im Großen und Ganzen. Auch hier wird man wahrscheinlich nicht wirklich stumpf Quests erfüllen müssen, können. Ich gehe stark davon aus, es wird auch Quests geben, wo man halt solche Chips als Belohnung bekommt. Also das wird in irgendeiner Art und Weise auch geben. Allerdings ist der Machinator, er fahrt offensichtlich sehr stark aufs Kämpfen ausgerechnet, denn, kann ich auch schon mal direkt vorwegnehmen, man wird diese Bosse mehrmals rufen können. Und das wird auch hier so beschrieben. Also erst schon mal, wie gesagt, es wird gebraucht, also offensichtlich gibt es hier auch ein bisschen Research. Also man beschreibt das hier so quasi, während andere, während das bei anderen Sachen halt einfach okay ist, dann einfach den Research-Baum zu benutzen, will man auf jeden Fall, dass sich dieser Machinator-Fahrt ein bisschen anders anfühlt. Und letzten Endes soll es dabei darum gehen, dass man auch immer so ein Stück weit sich selbst halt fordert. Also man, man muss immer weiter die tougher und tougher Challenges dann quasi dann auch bestehen. Also die Herausforderung soll auch wirklich dann immer und immer schlimmer werden. Und das wäre halt ein bisschen lame gewesen, wenn man das einfach nur researcht und dann hast du halt da so eine Mega-Mech-Armee stehen. Man soll schon ein bisschen dafür schwitzen. Das steht hier durchaus so zwischen den Zahlen drin. Und das finde ich auch tatsächlich ziemlich cool, weil es wäre wirklich in Anführungszeichen recht lame, wenn man einfach hingeht und sich dann den Krempel dann erforscht und plötzlich so ein Super-Mech dann da stehen hat, der wahrscheinlich alles niederwalzt. Denn offensichtlich kann man den Kram ja später dann auch bekommen. Also ich hoffe es zumindest mal. Und das gab es ja auch in Ansätzen schon mal so ein bisschen in Royalty. Da gab es ja auch dann irgendwann die Kadaprakt-Rüstung. Die musste man ja zumindest dann auch erstmal über Händler und irgendwelche Blutblints sich ranschaffen. Die konnte man ja eigentlich theoretisch halt direkt erforschen. Allerdings, naja, ich sag mal, musste man dafür schon auch ein bisschen Arbeit, ein bisschen Geld ausgeben. Theoretisch gesehen sogar relativ viel Geld. Und deswegen ist das hier einfach nur konsequent weitergedacht, mal wieder auf die nächste Ebene. Finde ich übrigens schön, dass die viele der Gedankengänge, das hatten wir gestern im Video auch schon sehr oft, dass die viele der Gedankengänge aufgegriffen haben. Und jetzt hier mit Biotech dann, wie ich persönlich finde, einfach aufs nächste Level heben. Sehr konsequent. Gefällt mir sehr gut, wenn man sowas macht. Wenn man dann auch wirklich bei den alten Wurzeln bleibt und dann aber eher zugibt, okay, hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Packen wir doch einfach noch eine Schippe drauf. So, es gibt dann, also letzten Endes alles Loot, wird dann hier beschrieben, beziehungsweise jedes Mal, wenn man so eine Welle dann besiegt, beziehungsweise so einen Commander besiegt, gibt es dann eine, ja, gibt es dann Tons auf, ja, neue kontrollierbare Mechs und neue Hirnimplantate, neue Gebäude und ansonsten noch weiteren Gear und Tech und Hassel nicht gesehen. Also es soll auf jeden Fall, es soll extra Rewarding sein, es soll sich auch lohnen, den Kram zu besiegen, da bin ich persönlich sehr beruhigt, dass das anders ist, als die Komplexe in Ideology oder auch in Royalty, ich weiß nicht, ich glaube, die kamen erst über Ideology. Die waren halt nice to have, aber ich persönlich habe sie halt nie genutzt, weil einfach das Rewarding war nicht hoch genug. Die Gefahr war viel zu groß, dass die Belohnung viel zu niedrig dagegen. So, das ist ganz, ganz wichtig und darauf wollte ich halt initial eigentlich hinaus, als ich so ein bisschen hier diesen Absatz aufgemacht habe. Da habe ich mich ja gestern schon ein bisschen dran aufgehängt. Letzten Endes möchte man das Ganze hier schon ordentlich knackig hart machen, ich glaube, das kommt auf jeden Fall durch und man soll das aber trotzdem auf seiner eigenen Geschwindigkeit, auf seinem eigenen Spielspeed quasi gestalten. Und damit ist vor allen Dingen gemeint, wann man diese Mech-Cluster ruft, also nicht wie schnell man die jetzt besiegt oder wie fancy man dabei aussieht, sondern vor allen Dingen, wann man dieses Risiko eingehen möchte. So, und dann wird nämlich genau dieser Satz beschrieben, auf den ich mich gestern super gefreut habe, beziehungsweise auf den ich mich heute sogar noch mehr rein suhlen werde. Denn das ist tatsächlich, wie ich persönlich finde, eine richtig, richtig coole Idee. Das fehlt mir schon lange so ein bisschen in RimWorld, denn das entspricht zumindest meinem Spielstil halt in brutaler Art und Weise. Ich bunkere mich sehr gerne ein, ich habe sehr gerne eine super gute Verteidigung. Ich mag es sehr gerne in extrem kontrollierten Umgebungen halt den Fightern auszukämpfen. Das kann man meinetwegen als lame bezeichnen, ich persönlich bezeichne das als sehr strategisch. Deswegen halte ich auch persönlich oder habe ich bisher nie groß davon, nicht viel davon gehalten, dass man jetzt einen riesen Feldschlacht macht und wo es dann einfach ein gigantisches Gemetzel gibt. Weil, nimmst du nicht übel, das kann halt jeder Bob. Ich meine, es ist so ein bisschen, es ist letzten Endes ein Strategiespiel und ich finde, da kann man das natürlich übertreiben. Man sollte natürlich auch schon ein bisschen Action dann irgendwann haben und ein bisschen dem Unbekannten ins Gesicht lachen. Aber auf der anderen Seite, ich mag es halt, wenn so eine Situation komplett kontrolliert abläuft. Und das entspricht halt genau meinem Spielstil, dass man sich jetzt theoretisch gesehen halt erstmal vorbereiten kann in aller Ruhe. Und sich dann, wie das auch gestern schon erwähnt, mit diesen, es gibt da jetzt auch schon Quests, wo man sich dann halt wirklich Massen von Feinden reinrufen kann. Wo man sich dann einfach sagt, okay, jetzt bin ich gut genug vorbereitet, jetzt rufe ich mir so einen Boss ran. Und genau in diese Kerbe wird auch diese Challenge hier schlagen. Denn man kann sich das, wie gesagt, in einer eigenen Geschwindigkeit, mit einer eigenen Entscheidung dann auf die Karte holen. Und ja, im Grunde ist damit auch schon das Wichtigste genannt. Ich denke tatsächlich, das wird den Spielstil, vor allen Dingen auch diese Challenge, diese Mech-Challenges, wird das in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, wie das, was man sonst so hat. Man wird natürlich auch weiterhin Angriffe bekommen. Ist natürlich stark davon abhängig, wie fair das jetzt am Ende wirklich geregelt ist, inwiefern sich dann halt die Geschichtenerzähler anpassen. Also es kann natürlich theoretisch passieren. Das gibt es ja bei den Quests auch schon. Deswegen sage ich immer, wenn ihr Quests annehmt, wo dann halt massenhaft Feinde auf die Karte kommen, dann mag die Belohnung noch so toll sein. Ihr müsst immer bedenken, die eigentliche Gefahr hinter dem Quest zu besiegen, ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du direkt noch in die nächsten zwei bis drei Feindwellen reinrauschst, weil einfach der Geschichtenerzähler plötzlich auf die Idee kommt, ja Mensch, ich habe ja schon lange nichts mehr gemacht, lass uns doch mal wieder ein bisschen fetzen. Und dann hast du plötzlich, anstatt der einen kontrollierbaren Gefahr, die du dir ja bewusst selbst reingeholt hast über die Quest, hast du dann plötzlich noch einen weiteren Raid und keine Ahnung was mit am Start. Und ich hoffe, das ist in irgendeiner Art und Weise ein bisschen mit eingepreist bei den Herausforderungen des Erzählers, bei dem, ich sag mal, Vanilla Rimworld-Erlebnis, denn das würde es natürlich sonst so ein bisschen die Luft aus den Segeln nehmen. Aber ich gehe mal stark davon aus, wenn sie dann wirklich schon so einen großen Fokus da drauf legen, dass man sich da seine eigene Challenge machen soll, dass man sich selber bestimmen soll, wann und was und wie man vor allen Dingen kämpft, beziehungsweise gegen wen, denn das ist ja auch wichtig. Man kann nämlich diese Commander auch tatsächlich selber aussuchen. Das finde ich nämlich, ist der nächste Schritt und auch ziemlich gut geregelt. Ich hoffe natürlich, dass sich der Geschichtenerzähler dann ein bisschen dagegen, ja, beziehungsweise damit anpasst. So, ansonsten sei noch erwähnt, dass man die theoretisch gesehen so oft wie möglich rufen kann. Ich überfliege, ich habe das eben halt schon mal überflogen, deswegen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir sind. Ich versuche einfach nur mal alles aufzugreifen, was ich noch im Gedächtnis habe. Man kann die sich so oft wie möglich ranrufen, diese Landungsschiffe. Und das sehr Interessante daran ist nicht nur, gut, der erste Punkt ist eigentlich so ein bisschen logisch, es wird natürlich jedes Mal stärker. Aber der auch, der nächste sehr interessante Punkt ist halt tatsächlich, die Feineswellen, die da mitkommen, die sind teilweise sehr verschieden. Also, hier wird beschrieben, zum einen kann das halt sein, dass es ein Swarm ist von wahrscheinlich Nahkämpfern. Zum anderen kann das halt sein, dass das eine Gruppe von Snipern ist. Das ist theoretisch gesehen wahrscheinlich so ein Stück weit abhängig davon, was man für einen Commander ruft. Das wird aber auch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abhängig sein, was man denn auf einer Gefahrenstufe, wenn man das Ganze denn probiert. Und naja, im Grunde wird wahrscheinlich jedes Mal, wenn dann eine Stärkegruppe reinkommt, der Loot dann auch dementsprechend steigen. Oder beziehungsweise das Loot-Level. Und das muss sich ja natürlich dann auch lohnen. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, man bekommt ja auch jedes Mal dann in der Theorie zumindest einige Teile, um dann diese Advanced Max, also diese Super Max, dann vielleicht auch selber zu bauen. Das heißt, es muss ja auch dann tatsächlich deutlich anziehen. Also auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass man nicht alles an Loot hier mitnehmen kann von so einer Welle, dann muss es ja bei der nächsten Welle, wie gesagt, ordentlich klatschen. Ansonsten, naja, wird es ja dann irgendwann langweilig, weil du hast ja dann irgendwann auch deine eigene Mech-Armee an deiner Seite. Und Max gegen Max, ich stelle es mir immer noch fantastisch vor, aber es dürfte durchaus dann irgendwann auch ein ausgeglichener Kampf sein, bei dem halt wahrscheinlich nur noch das Umfeld und die Karte leidet, so wirklich. So, habe ich glaube ich alles erwähnt, soweit. Was glaube ich noch wichtig war, lass mich ganz kurz gucken hier. Genau, das habe ich alles schon erwähnt. Also irgendwo hatte ich hier noch mitgelesen, genau, ne. Also vielleicht war das aber auch hier unten schon mit, ne, das müsste tatsächlich hier oben noch mit drin gestanden haben. Also letzten Endes geht es auch darum, man kann sich auf der einen Seite halt super, ne, super lange vorbereiten da drauf, man kann das aber auch tatsächlich hier, tatsächlich, ne, man kann das auch schon relativ früh in die, ähm, in die Kolonie reinrufen, um dann wirklich auch den, also hier wird als Beef Up Your Tag, also sprich, dass man relativ früh dann seinen Tag Baum oder seinen Tag Tree dann schon anschiebt. Es soll also, die ersten Raids sollen offensichtlich nicht allzu schwer sein. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man sich dann, wenn man so einen Boss da reinruft, dass man sich da wahrscheinlich so ein Endgame-Raid reinruft mit 20 Raupen und hast ja nicht gesehen, sondern es ist auch tatsächlich so gedacht, dass man auch dann relativ gefahrlos am Anfang seinen, seinen Mac-Tag Tree dann so ein Stück weit anschiebt und vor allen Dingen auch die ersten Parts und wahrscheinlich auch die ersten Gebäude und weiß ich was überhaupt bekommt erst mal. Weil man muss das ja irgendwie anstoßen, du kannst ja nicht direkt schon eine Mac-Armee haben und dann erst die Technologie für die Macs reinholen, das funktioniert ja so rum nicht. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, dieser Artikel, beziehungsweise dieser Absatz hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann schauen wir uns doch einfach mal an, wie denn diese, ja, Bosse aussehen können. Denn ich glaube, die sind hier so ein Stück weit beschrieben. Das ist zum einen der Diabolus, das ist die Warqueen und das ist hier der Apo Crimpton. Ich habe keine Ahnung, ob man die so, wir nennen den einfach mal Apo, ne? So, auf jeden Fall fangen wir an mit dem Diabolus. Den habe ich ja eben schon mal so ein Stück weit spekuliert. Das habe ich mir noch nicht durchgelesen. Deswegen machen wir das wahrscheinlich mal on the fly. Im Grunde steht hier, dass es eine High Energy Hellsphere Kellen ist. Also sprich, wie eben schon erwähnt, es wird wahrscheinlich so eine Art Doomsday-Raketenwerfer auf Steroide sein, wobei das anscheinend eher eine Energiewaffe ist. Es ist tatsächlich für Siegebreaking, also sprich, es ist offensichtlich gut für Mauern geeignet. Und es muss trotzdem aber auch länger aufladen. Also das ist ja, wie ich persönlich finde, genau das, was bei den aktuellen Breach-Rates so ein bisschen falsch lief. Zumindest als die noch sehr viel öfter reinkamen. Das war ja, wie gesagt, ein großes Gimmick von Ideology. Man kann sich halt sehr schlecht darauf vorbereiten. Die Termiten und natürlich auch die Hammerschwinger, die sind relativ langsam unterwegs, zumindest im Verhältnis. Aber die Aufladedauer, beziehungsweise insbesondere der Wall-Damage, also der Schaden an den Mauern, der war halt brutal hoch und ist auch immer noch. Inzwischen wurde er, glaube ich, um, ich weiß gar nicht, also um mehrere hundert Prozent genervt. Also der macht hier irgendwie nur noch 25 Prozent des Schadens, den er mal ursprünglich gemacht hat. Und was ich persönlich sehr schade fand, war halt immer, dass diese Waffen, die dazu zum Einsatz kommen, gerade bei den Termiten, die haben halt null Aufladedauer. Das ist halt einfach eine AOE, also eine Waffe mit sehr viel Schaden, vor allem gegen Strukturen, mit einem AOE-Effekt. Und das ist schon echt hart. Deswegen freut es mich. Also offensichtlich ist das ja noch sehr viel brutaler. Man kriegt ja so eine Art Schussfeld, wahrscheinlich symbolisiert, wo dann dieser Schaden dann auch wirken wird. Und ich gehe stark davon aus, so wird das dann danach aussehen. Trotzdem hat das hier offensichtlich eine Aufladedauer. Das finde ich schon mal gut. Das heißt also, in irgendeiner Art und Weise kann man da vermutlich dann vor allen Dingen mit Zeitkräften, ich denke halt auch immer schon einen Schritt weiter, wie bekämpft man sowas. Und der größte Nachteil aktuell an sehr vielen Zeitkräften ist meiner Meinung nach, dass die selber auch eine, nicht nur eine Animation haben, sondern auch eine Wirkungs-, beziehungsweise eine Wirkdauer, bis die halt erstmal im Einsatz sind. Und damit kann man halt sehr viele Attacken nicht wirklich abbrechen. Also ich denke da immer so ein bisschen an den Doomsteer-Raketenwerfer, den Triple Launcher. Das ist, wie ich persönlich finde, ein prädestinierter Fall, wo man dann auch mal sowas wie Unlocken ansetzen kann oder sowas wie, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Pseitkräfte, wo man auch, naja, ich sag einfach mal, so eine Aufladedauer vielleicht unterbrechen kann. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das gegen Mechanoiden wirkt. Mechanoiden und Pseitkräfte ist immer so ein schwieriges Thema. Sehr oft sind die Pseitkräfte gegen Max quasi fast gar nicht wirkungsvoll, auch wenn das jetzt irgendwelche Berserker und sowas Sprüche sind. Lanzen wäre natürlich wunderbar, wobei ich nicht glaube, dass man so einen Commander mit einer Lanze ausknipsen kann. Das wäre ja komplett Braindead. Also ich gehe mal stark davon aus, Lanzen werden nicht dagegen einsetzbar sein. Und aber trotz allem, ne, lange Rede, kurzer Sinn, auch wenn man jetzt letzten Endes halt nur eine Wall hier zieht. Also es gibt ja, wie gesagt, noch zahlreiche andere, auch jetzt Pseitkräfte, die jetzt nicht unbedingt auf den Gegner wirken. Man stellt sich vor, man zieht jetzt einfach Wallrace hoch oder sowas oder keine Ahnung, was es da noch für theoretische Möglichkeiten gibt und dann wird halt die Sichtlinie unterbrochen. Das kann halt schon ausreichen, um so eine Windup, so eine Aufladedauer dann halt eben zu unterbrechen. Finde ich schon mal sehr interessant, schon direkt die ersten Kampftechniken ausgedacht hier. So, und ja, im Grunde, ne, es braucht seine Zeit, um es aufzuladen, aber es kann letzten Endes sogar durch, äh, durch, äh, Beton sich schmelzen und sogar Boden, äh, ne, also Knochen vaporisieren. Klingt auf jeden Fall schon mal relativ, äh, drastisch. So, was, äh, ich gucke nochmal kurz hier drüber, was haben wir als nächstes noch? Waste Power? Mhm, mhm, mhm. So. Ah, okay, also das ist quasi die, ja, das ist die Fernkampfwaffe im Nahkampf kann es dann, ähm, tatsächlich große Feuerexplosionen auslösen, also sprich, wenn du ihm dann wirklich zu nah kommst, wie jetzt hier dargestellt. Ich wollte nämlich gerade sagen, letzten Endes ist das halt natürlich auch ein Fernkämpfer und was macht man gegen, äh, Fernkämpfer, die sehr OP sind? Man schickt natürlich Nahkämpfer ran, um dann halt eben diese Fernkampfattacke zu unterbinden, aber da wurde sich offenbar was ausgedacht, das ist nämlich für Menschen offensichtlich sehr tödlich, da wird nämlich einfach eine riesen Feuerexplosion ausgelöst. Aber was bedeutet das natürlich im Umkehrschluss für uns? Wir setzen natürlich Mechs ein, also sprich, Nahkampfmechs sind gegen diese Art von Mech-Commander wahrscheinlich richtig, richtig stark, weil Mechs und Feuer, who cares, ne, die holen sich da höchstens einen Sonnenbrand, ansonsten sind die, was Feuer angeht, komplett immun. Ähm, schon mal eine wunderbare Idee. So, ne, quasi dann, um die, um die Close Range dann eben, naja, ich sag mal, zu verhindern wahrscheinlich. Was haben wir ansonsten noch hier drin? Also wenn man, also hier, ne, während man auf der einen Seite, das ist also anscheinend eher so eine Art Glaskanone, das ist auf der einen Seite extremely powerful, aber auf der anderen Seite ist es sehr wenig, also, ne, es fehlt an Manövrierfähigkeit und wahrscheinlich, wenn man sehr schnell und agil halt eben draufhaut oder wahrscheinlich dem Ding zu nahe kommt, dann kann man das wahrscheinlich gut unter Kontrolle halten. Also es hat offensichtlich, bei dem ersten Punkt haben wir schon mal einen Commander mit sehr starken Stärken, aber auch deutlichen Schwächen. Finde ich sehr solide. Gut, dass man da nicht einfach nur sagt, wir überladen das Ding brutal und hoffen dann, dass das von der Masse da niedergejoinkt wird irgendwann. Das soll deutlich klare Schwächen haben auch. So, dann haben wir hier die War Queen. Ich gehe mal stark davon aus, auf den ersten Blick sieht mir das sehr stark nach einem, äh, nach einem Nahkämpfer aus. So. With a build in, okay, also das kann tatsächlich weitere Mechs spawnen. Ähm, ja, tatsächlich schon. Also das gibt ja diese, okay, never mind. Das gibt halt, das ist, die War Queen ist im wahrsten Sinne dann eine Königin. Die kann tatsächlich ihre eigene Produktion da mitnehmen. Das ist ja auch hochinteressant. So eine Art Trägerschiff. Finde ich ziemlich cool. So, given time to build up. Also man sollte der Maschine wahrscheinlich nicht zu lange Zeit lassen, um dann irgendwie ihre kleine Mech-Armee dann aufzustellen. Äh, genau. Ansonsten wird man halt einfach komplett von diesen War Kings, ich keine Ahnung, wie man die übersetzen würde, wird man da wahrscheinlich überrannt werden. So. Ja, also nur failing to destroy it quickly. Mhm, mhm, mhm. Overruns. Ja, sehr interessant auch, auch hier, ne, wieder eine, eine deutliche Stärke, also wirkt für mich persönlich wesentlich stärker als das hier. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit, äh, sagen wir mal, mit einem richtig krassen Bossfight in anderen Kämpfen, während das hier halt so eine brutale Glaskanone ist, die auf den ersten Blick keine Schwächen hat mit dem Feuer hier rundherum, man muss halt wirklich gezielte Waffen gegen diese, gegen diesen Boss hier einsetzen, äh, ist das hier so ein typischer Boss, der wahrscheinlich erstmal gut aushält, aber gleichzeitig, wenn man ihn dann lässt und wenn man ihn erstmal, der wird wahrscheinlich nicht viel Schaden machen. Ich gehe stark davon aus, wenn das Ding hier überhaupt eine Fernkampfwaffe hat, dann wird es wahrscheinlich nicht viel Schaden machen, es wird aber schwer zu besiegen sein und das Problem ist halt, wenn man bei sowas dann nicht genug Feuerkraft mitbringt, wie jetzt hier beschrieben, wobei eine schwere MP dürfte wahrscheinlich schon ein bisschen Schaden machen, dann wird das Ding einfach eine gigantische Menge von diesen kleinen Teilen hier ausspucken und von denen wird man irgendwann überrannt. Das sind halt so diese Ads quasi in irgendwelchen, ne, wahrscheinlich zu beschreiben in irgendwelchen MMOs oder so, die halt einfach nur im Weg sind und die meistens halt nur dafür da sind, irgendwie die Abilities wieder aufzuladen oder die Cooldowns wieder aufzuladen, die können trotzdem irgendwann gefährlich werden ab einer gewissen Menge und auch hier wieder deutliche Stärke, deutliche Schwäche, fände ich ziemlich cool. So, dann haben wir noch den Apo Grinton, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, das ist, jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt noch kommt, das sieht so aus, als könnte der Max schocken hier auf dem Bild, ein Psychic Warrior, okay, ähm, Hatred, okay, also der hat auf jeden Fall ordentlich Hass gegen die Menschheit dabei, das ist natürlich schon mal wunderbar für einen Neckanoiden, er ist nicht viel über ihn bekannt, okay, also seine Psychic Kräfte können Menschen vergiften, ähm, die innerhalb der, der Mind Range liegen, also anscheinend hat er eine festgesetzte Reichweite und kann dann mit seiner psychischen Power kann er dann Menschen vergiften, seine Waffe ist Hadred, okay, sehr interessant, äh, also offensichtlich kann er dann vielleicht Leute durchdrehen lassen, zu Berserker machen lassen, das wäre jetzt so mein, mein Gedanke, also ganz offensichtlich ist der relativ effektiv gegen Mechanoiden, der kann die offensichtlich schocken oder vielleicht auch mit diesem, ja, vielleicht kann er, vielleicht ist das auch diese Hassattacke, dass der irgendwie, ich weiß nicht, die Mechanoiden dann durchdrehen lässt, zu Berserker werden lässt, das wäre halt relativ easy implementiert, weil diese Berserker-Möglichkeit, die ist ja sowieso schon drin, es gibt ja schon diverse Berserker-Lanz, den hast du nicht gesehen und auch Berserker-Sprüche, also beziehungsweise Zeitkräfte, deswegen ist ja diese Funktion definitiv implementiert und vielleicht hat der einfach auf Cooldown, kann der das auf Mechs und auf Menschen draufhauen, da würden sich natürlich deine eigenen Kämpfer gegen dich selber richten, sehr interessant, ich sehe da jetzt noch nicht wirklich die Schwäche, ich kann mir sehr vorstellen, sehr stark vorstellen, dass das Ding fast gar nichts aushält, das ist ja in der Regel immer so, wenn du halt, ne, wenn wir das mal so beschreiben, das hier ist halt so ein klassischer, weiß ich nicht, ja, so ein klassischer Brawler irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, du stehst halt auf der einen Seite schon relativ nah im Kampf drin, auf der anderen Seite möchtest du halt eher deinen Fernkampf auszahlen, also so ein klassischer Kämpfer, wenn das hier so ein klassischer Tank ist und das hier halt so ein klassischer Mage ist, ne, der ist halt, der kann wahrscheinlich brutalen Schaden rauskloppen, vor allen Dingen natürlich auch, in Anführungszeichen, magischen Schaden und keinen physischen Schaden, wenn man das jetzt mal, diese Metapher mal weiterführt, aber natürlich ist das dann so typischerweise so eine Stoffi-Klasse, also sprich, der hat dann irgendeine Stoffrüstung an, in übertragenem Sinne, ist dementsprechend halt nur Pappe im Wind, wenn du da richtig drauf haust, dann dürfte der wahrscheinlich schnell kaputt gehen, muss aber wahrscheinlich erstmal drankommen, aber offensichtlich wollen sie hier drüber noch nicht zu viel verraten, finde ich eine interessante Idee, sie geben sowieso schon relativ viel Preis, dass dann hier trotzdem noch so eine Art Überraschung da ist, auf jeden Fall grundsätzlich sehr unterschiedlich, die Bosse, gefallen mir auf den ersten Blick sehr gut, da ist für jeden was dabei, wie gesagt, man kann sich das, soweit ich das verstanden habe, diese Bosse einzeln ranrufen, man kann die quasi, ja, nach gut dünken, selbst ausprobieren, wann man das möchte und wie man das möchte, es wird mit jedem mal stärker und schlimmer, also irgendwann werden die wahrscheinlich dann auch die richtige Verstärkung mitbringen und finde ich eine sehr coole Idee, wird jetzt natürlich zu abzuwerten sein, wie das dann am Ende wirklich aussieht, wo die dann runterkommen, wenn man dieses Signal anhaut, ob die dann irgendwo auf der Karte landen können, ob man dann irgendeine Art und Weise was kontrolliertes aufbauen kann, ich will jetzt natürlich keine gigantische Killbox um so eine Dropzone drumherum bauen, ich gehe mir stark davon aus, es wird dann natürlich später wieder Cheese-Möglichkeiten geben, das gibt es immer, es gibt immer irgendeine neue Art von Killbox, allerdings glaube ich tatsächlich eher, das ist so gemacht, dass sie dann irgendwo runterkommen, weil, und das hatte ich ja gestern auch schon so ein Stück weit erwähnt, man möchte, glaube ich, von Entwicklerseite so ein Stück weit wegkommen von den Killboxen, das ist ja jetzt letzten Endes mit den Mechs, die jetzt entbehrlicher wurden in dem Kampf, ist das ja eigentlich schon, das wird ja quasi mit der Brechstange so ein Stück weit, naja, zumindest zwischen den Zeilen gefordert und deswegen, ich denke, die kommen halt irgendwo runter, es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, die Grundidee finde ich klasse und, ja, ne, so, dann schauen wir uns einfach mal die Combat-Mechanoids an, beziehungsweise so wahrscheinlich, also wir werden jetzt wahrscheinlich auch in diesem Absatz sehr viel lernen darüber, wie ein solcher Kampf mit Mechs dann auch auf der eigenen Seite aussehen wird, ja, auf der einen Seite, ne, wir gucken mal kurz drüber, ähm, also im Grunde, während du auf der einen Seite, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich hier, ich werde mal beide Absatz so ein Stück weit zusammenfassen, man wird hier auch nochmal darauf hingewiesen, ne, du kannst natürlich deinen eigenen Kram dann auch quasi neu wiederbeleben, wie auch immer das bei Mechs funktioniert, wahrscheinlich wieder neu zusammenschrauben, ähm, man kann also nicht wirklich Mechanoids zerstören, da wird halt nochmal darauf eingegangen, dass sie halt wirklich sehr entbehrlich sind und dementsprechend dann auch offensiv wirklich eingesetzt werden können, man kann die halt einfach in diesen Tanks, in diesen Gestalter-Tanks oder wie auch immer das übersetzt wird, kann man die halt dann einfach wiederbeleben. So, grundsätzlich wird dann auch hier, ich glaube in dem Absatz vor allen Dingen beschrieben, wie ein solcher Kampf aussieht, äh, während halt die eigenen Roboter in Anführungszeichen sehr entbehrlich sind und dann auch dementsprechend auch einfach vorgeschickt werden können, ist es der Makinator offensichtlich nicht, der bleibt natürlich weiterhin sterblich und wahrscheinlich auch für eine Rüstung mitgibt, wie gut er sich selbst verteidigen kann. Wichtig dabei zu erwähnen ist aber, dass die Mechanoiden tatsächlich in der Reichweite des Makinators bleiben müssen, also offensichtlich gibt es da, ich gehe auch stark davon aus, das wird ein weiterer Punkt sein, den man leveln kann, den man entwickeln kann, wahrscheinlich die Kampfreichweite oder die Kontrollreichweite der Mechanoiden quasi zu erweitern. Tatsächlich können nämlich Mechanoiden sogar, also autonom eigene Entscheidungen treffen, wenn sie halt außerhalb der Reichweite sind, oder at any distance, also wirklich in jeder Reichweite können die dann auch wirklich autonom handeln und auf eigene Entscheidungen hin dann Gegner angreifen oder halt eben nicht. Wenn man aber dann tatsächlich das Ganze geordert und kontrolliert, strategisch einsetzen möchte, dann muss man das tatsächlich innerhalb der Machinator-Range machen und ich weiß jetzt nicht genau, wie groß diese Reichweite ist, aber das stelle ich mir tatsächlich als sehr gute Idee vor, wie man so etwas dann auch tatsächlich balancen kann, denn, naja, wenn du jetzt eine riesen Mech-Armee hast, dann kannst du die natürlich nicht über das ganze Schlachtfeld verteilen, du musst, bist gezwungen, während du auf der einen Seite halt wegwerfbare, austauschbare Mechs hast, die du easy wiederbeleben kannst, bist du gezwungen, deinen Mech-Anführer, dein sehr verwundbares, sehr wichtiges, sehr teures Utensil, dann halt mit ist, voll ins Schlachtfeld zu bringen. Finde ich eine sehr, sehr, sehr coole Idee. das nimmt eine Menge, das nimmt eine Menge, Menge von diesem komplett überladenen Gedanken der Mechs raus, die können noch so überladen sein, die können noch so, ja, OP sein, noch so gut gepanzert, letzten Endes steht und fällt halt so eine Kette oder so ein Angriff immer mit dem schwächsten Glied und das ist halt, und das ist und bleibt der Mensch in der Kette und wenn du den halt ausknipst, dann hast du mit hoher Sicherheit wahrscheinlich ein großes Problem mit deinen Mechs, dann könnte es sogar im Worst Case passieren, dass die dann halt autonom dich selbst angreifen. Deswegen finde ich richtig cool, nehmt viele von den Sorgen, die ich gestern hatte, so ein Stück weit zurück oder raus und, ja, letzten Endes, so, äh, genau, genau, also letzten Endes, ich glaube, das wurde auch gestern schon mal beschrieben, können die halt im Worst Case dann halt auch den, den Hostile MacKives sich anschließen und das will man natürlich nicht. So, jetzt gehen wir auf die verschiedenen Arten ein, die es hier gibt, das habe ich mir jetzt auch noch nicht wirklich durchgelesen, das machen wir auch wieder so ein Stück weit on the fly, will ich mich ja selber vielleicht dann auch ein bisschen überraschen lassen, ne, hier live im Commentary mehr oder weniger. So, dann haben wir hier den Militur, das wird auch direkt schon im ersten Absatz beziehungsweise im ersten Teil des ersten Satzes als Kanonenfutter beschrieben, ne, ist letzten Endes einfach, ja, ich weiß nicht, das sind, das scheinen diese, das scheinen diese, ja, das sind sie auch, da sieht man es auch drunter, das sind diese Schrotflintenbots, habe ich die jetzt einfach mal genannt. Die sehen auch wirklich sehr nach Pappe aus, die scheinen sehr günstig zu produzieren zu sein, ne, die, ja, sollen wahrscheinlich einfach hier Low-Power-Mini-Shutgun, also das soll gar nicht viel Schaden machen, das ist einfach dann dein Schuss fangen, so nenne ich das in Stellaris immer lieb und nett und herzlich und, ja, ne, wie groß die sind, wird ja alles beschrieben, sie vermissen offensichtlich einiges an Power, also an Kraft und Stärke und wahrscheinlich auch, ne, ich denke mal an allem, die werden nicht allzu schnell sein, die werden nicht allzu stark gepanzert sein und natürlich werden die auch nicht allzu viel Schaden machen, genau, sie sind, aber hier ist natürlich der große Vorteil, sie sind sehr billig herzustellen und vor allem auch sehr billig zu unterhalten, die werden sich nicht viele Ressourcen nehmen und dementsprechend ist das perfekt für irgendwelche Swarming-Taktiken geeignet, also wenn du in kurzer Zeit sehr große Masse produzieren willst, dann ist der Militär wahrscheinlich dein Way to go. So, dann gibt es den Scorcher, das ist, wo sehen wir dann ein Bild, das wird wahrscheinlich der hier sein, gehe ich stark davon aus, sehen wir da irgendwie einen Namen dran, nicht wirklich, ne, aber ich gehe stark davon aus, das ist dann so einer, ähm, so, das ist anscheinend ein Close Approach, also ein Nahkampf-Mech, soweit ich das hier sagen kann, der ist anscheinend mit einem Flammenwerfer ausgerüstet, also eine Flammen-Burst-Attacke mit wenig Reichweite, aber halt natürlich wirkungsvoll gegen die Klöse, ne, gegen die nächsten, nächsten Feinde, also, hier steht jetzt Close Defenders, aber ich gehe mal davon aus, also, das wird jetzt wahrscheinlich ein feindlicher Mag-Crate sein, aber ich kann mir vorstellen, die kann man dann logischerweise auch selber bauen, also dementsprechend ist das halt einfach eine, ne, Close Approach, also eine, einen Nahkampf, also nicht wirklich Nahkampf, aber eine, wie soll man denn sagen, auf einem persönlichen Level, ne, in einem Augenkontakt, ähm, ja, konzipierten Mag, der dann halt eben mit diesen Flammen-Burst-Attacken wahrscheinlich insgesamt sehr stark ist, gegen, ja, natürlich Menschen vor allen Dingen, ne, weil Flammen hatten wir schon festgehalten, die meisten Mags sind, ich denke mal, das wird auch bleiben, sind gegen Flammen immun, also wird das wahrscheinlich eher dann im Angriff auf deine eigene Base dann interessant werden, so, äh, Firefights into, Firefights, okay, verstehe, ne, ist kleines Wortspiel, es wird auf jeden Fall, die Firefights, wird hier in Schusswechsel, wahrscheinlich übersetze ich das jetzt einfach mal, kann dann ganz schnell mal in, wirklich Feuergefechte, also mit richtigem Feuer dann umgewandelt werden, weil halt dann die ganze Bude brennt, so, die starten wild, wilde Feuer, ne, äh, sind natürlich ganz besonders effektiv gegen große Gruppen von Attackern, also sprich wahrscheinlich gegen Urheinwohner, denn letzten Endes wird das ja auch schon so ein Stück weit aktuell mit der 1.4 eingeführt, mit diesen Raketentürmen, die natürlich auch so ein Stück weit Explosion und Feuer ausspucken, auch die sind natürlich prädestiniert dafür gegen große Mengen von weichen Zielen, also ganz klarer Einsatzpunkt auch, finde ich gut, die werden wahrscheinlich ein bisschen besser gepanzert sein als sie hier, aber ich kann mir vorstellen, die sind trotzdem noch relativ human und dementsprechend, also human in der, in den Kosten und in der Haltung, aber auch dementsprechend dann eher Pappe, als, äh, das, was dann später noch auf uns zukommt, dann haben wir hier den Legionär, übersetze ich jetzt das Ganze einfach mal, das wird, ich bin mal sehr auf die deutschen Übersetzungen übrigens gespannt, ob die dann in den Teilen hier bleiben, auf diesem, ja, das ist ja auch nicht wirklich Englisch, das sind ja auch eher künstlerische Wörter, auf Englisch, zumindest ein paar davon, ich bin mal sehr gespannt, inwieweit das eingedeutscht wird, so, das ist ein Combat Support Mech, also endlich tatsächlich mal etwas ganz anderes, weil das ist letzten Endes bisher reine Kämpfer gewesen, das wird hier, der hier sein, das sieht mir auch stark danach aus, als würde er einfach ein Schild, ähm, quasi casten, ein Wide Range Bullet Shield, okay, und ein Long Rage Needle Gun, ah, okay, also das Ding kann, äh, quasi, äh, also, das kann nicht nur ein Schild um sich selbst herum casten, und natürlich auch um alles, was da mit drin steht, das ist wahrscheinlich, auch wenn das, ich traue es mich kaum aufzusprechen, das wird wahrscheinlich ein Bodenschildpaket sein, was bewegbar ist, dass, äh, also ich hoffe, es ist nicht wirklich wie ein Bodenschildpaket, dass das wirklich alles abfängt, also nicht nur Granaten, sondern auch Raketen, sondern auch, also wirklich alle Arten von Munition, und das über 20 bis 30 Sekunden, ich gehe mal stark davon aus, dieses Schild wird einen harten Cooldown haben, also sprich, das wird man nicht durchgegängig einsetzen können, das wäre ja komplett broken, dann müsste man ja mit EMP-Granaten da in die Nähe, gehen, vor allen Dingen wirkt das auch auf mich so, das würde ansonsten halt nicht wirklich Sinn ergeben, es hat eine Long Range Needle Gun, also sprich, das, was bisher ein Pekingier hat, ich kann mir vorstellen, dass der da gleichzeitig auch rausschießen wird, weil offensichtlich, die legen alle an, ne, das wird jetzt hier an diesem Bild nicht wirklich ersichtlich, aber die legen offensichtlich an, dementsprechend können die also auch hier rausschießen, ähm, man wird schauen müssen, also das agiert, oder das sieht aus wie ein Bodenschildpaket, wie das aktuell auch der Fall ist, oder beziehungsweise wie aktuell Max Shields auch der Fall sind, es gibt eine vergleichbare, äh, eine vergleichbare Attacke, beziehungsweise eine vergleichbare Möglichkeit mit Psy-Wirkern, die können auch so ein, so ein Warp-Schild heißt es glaube ich, können die casten, allerdings kann man da nicht rausschießen, da wird alle, jede Kugel werden einfach versetzt, also irgendwo anders hin, das ist also dann random, die gehen, die Projektile gehen random irgendwo in die Pamper raus, das scheint mir dann doch ordentlich stärker zu sein, deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich das mit der Waffe hier, ob man da wirklich rausschießen kann, wie viel das Cooldown hat, das muss man jetzt abwarten, das hier hat das Potenzial dafür, wirklich broken zu sein, so, Shield Absorbs Incoming Brotard, okay, also tatsächlich kann man, okay, also ne, genau das, was ich gesagt habe, man kann, also es absorbiert alles, was reinkommt, also was draufhaut, aber gleichzeitig können alle rausschießen, ne, okay, okay, das ist die große Schwäche, die Legionäre, die sind sehr schwach gegen, gegen Melee-Attacks, also wenn du dem wirklich zu nah kommst, ist das halt komplette Pappe, kannst es einfach weg, wegballern, und das Schild, ähm, kann, kann gebrochen werden mit EMP-Granaten, gut, das habe ich, das habe ich stark erwartet, alles andere wäre natürlich komplett, also es hätte ja dann wirklich gar keine Schwäche, das Schild, du musst das ja irgendwie wegbekommen, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das an den Cooldown gebunden ist, und dass das nicht durchgegangen ist, das, also hoffe ich wirklich sehr, ansonsten wäre das sehr, 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 sehr stark, weil wenn du da einfach nur genug Max reinballerst, und vor allen Dingen auch deine eigenen Nahkämpfer reinballerst, man stelle sich jetzt diese Situation mal vor, wenn man in dieser Bubble hier, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Leute mit Katapraktrüstung drin hat, mit Zeus haben wir mit Monoschwertern, ihr dürft halt niemals vergessen, unabhängig davon, was an Max sonst noch kommt, man kann das ja auch immer kombinieren, also es wird ja auf diesen Bildern eigentlich immer nur schön so eine Mech-Armee gezeigt, aber man stelle sich das jetzt einfach mal vor, man hat hier wirklich hochgepanzerte Katapraktkrieger drin, mit Steinhautdrüsen, mit wirklich den härtesten Nahkampfwaffen, du würdest dieses Ding niemals totbekommen, also ganz egal, du kannst da eine Armee von Raupen reinjagen, das würden deine Kataprakte halt aufhalten, sofern die halt nicht beschossen werden können, deswegen also, schwierig, sehr, sehr schwierig, ich hoffe tatsächlich, ich bin ja mal gespannt, ob es auch einen Mech gibt, der auch irgendwelche EMP-Waffen hat, aber eine EMP-Granate als einziges Counterplay hier für dieses Schild, sehr schwierig, wir werden sehen, so, dann gibt es die Tetherons, das sind die Medium Range, also quasi die im Schlachtgefüge mittendrin stehenden Mechanoiden, die haben anscheinend einen Powerful Sweeping Beam, also einen sehr starken, ja, Laser, keine Ahnung, eine Laserattacke, man sieht es hier an einer Art Lasergewehr, erinnert mich stark an Fallout, so, ein Gamma Ray, haben sie also, haben sie dabei geladen, so, das ist genug Kraft, um dann halt auch irgendwas anzuzünden, also sprich, das kann durchaus eine Feuerattacke sein, man sieht es, dieser Turm hier, der geht offensichtlich auch in Flammen auf, ah, okay, okay, kann durch Schilde durchschießen, sehr interessant, haben sie sich also extra eine Attacke ausgesucht, die auch durch Schilde geht, das wird wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann auch für Bodenschildpakete gelten, denn die kann man ja nach wie vor, wie gesagt, auch noch einsetzen, also das wird offensichtlich durch alles durchgehen, können aus sicherer Distanz halt, wie gesagt, mehrere Gegner angreifen, und tatsächlich auch Preach-Shielded Enemies, also man kann auch tatsächlich dann wirklich Schilde brechen anscheinend damit, also nicht nur, dass man da durch Schilde durchschießt, sondern anscheinend kann man damit auch wirklich Schilde brechen, das habe ich erwartet, also ich habe in irgendeiner Art und Weise erwartet, ich hätte jetzt natürlich keinen Mechanoiden, eine EMP-Granat in die Hand gedrückt, das wäre halt total paradox, das kann natürlich nur in die Hose gehen, deswegen haben die denen einfach eine Waffe, sogar eine Distanzwaffe gegeben, finde ich sehr, sehr cool, mal gucken, ob man die auch als Mensch einsetzen kann, das würde mich sehr interessieren, aber wahrscheinlich nicht, so, habe ich ansonsten alles hier erwähnt? Glaube, ne? Unable to focus the laser on close range, okay, auch hier, deutliche Stärke, deutliche Schwäche, also, ne, auch das hier offensichtlich wunderbar auf Fernkampf, sehr, sehr effektiv im Midrange Fernkampf, erinnert mich sehr, sehr stark an die aktuellen Lancer, auch die haben jetzt nicht die größte Distanz, wenn man jetzt mal überlegt, gerade im Vergleich zu beginnieren oder auch zu raupen, da sind die Lancer sogar eher unterlegen, allerdings, wenn die schießen, dann scheppert es halt richtig, also, die haben halt, wie gesagt, eine Impulslanze dabei, und die sind aber auch vergleichsweise auch eher nur Pappe, also, die sind auch eher kleine Gegner, wenn du da zu nah rankommst, kann das auch jemand mit reinen Fäusten, die können sich im Nahkampf quasi gar nicht wehren, aktuell, die Lancer, und das wird hier wahrscheinlich ganz ähnlich sein, die können halt noch nicht mal ihre Waffe anlegen, während der Lancer halt zumindest seine, ja, seine Lancer halt eben, wie gesagt, auch im Nahkampf anlegen kann, er hat natürlich erheblich schlechtere, ja, Trefferchancen, die hier können dann ihre Waffe im Nahkampf gar nicht benutzen, das heißt also, es wird quasi empfohlen, Fast Moving, also schnell bewegende, wahrscheinlich ist auch schwarmartige Nahkämpfer dann, da reinzuschicken, weil ein paar wirst du dann natürlich beim Angriff verlieren. So, dann haben wir den Centurion, ein nahezu unstoppbarer, extrem schwerer Mech, mit einer Build-In Shield Bubble, okay, mit einem Shield Generator, einem Point Defense Turret, also sprich, das ist wahrscheinlich reines Defense, ne, wenn du dem zu nah kommst, dann hat das anscheinend ein Point Defense, wie auch immer, ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, normalerweise sind Point Defense Waffen, damit kann man halt auch eingehendes Feuer, okay, kann man halt eben abwehren, wobei das wird eher anscheinend, also das Point Defense ist in dem Fall wahrscheinlich eher, das, also ne, es kann auf der einen Seite, kann das halt ein Shield casten oder generieren, auf der anderen Seite hat das halt eine, ja, defensive Waffe, die halt wirklich sogar einsetzbar ist, während sich das ganze Ding hier bewegt, ja, ne, es, logischerweise ist, es agiert im Kampf selbst als mobile, Defense Plattform, ne, ja, also das, durch das Schild wird es halt zu einem der, der strengt, der, der besten Mechanoiden unter allen anderen, und, ja, kann tatsächlich eine weite Range, beziehungsweise eine großen, eine großen Gruppe von eigenen Alliierten, halt eben eine sichere Kampfmöglichkeit bieten, was ich persönlich sehr, 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 sehr cool finde, und da geht, da gehen auch nicht nur der hier, dieser kleine, wie heißt der nochmal, Legionär, sondern auch vor allen Dingen hier der Zenturion in diese Richtung, offensichtlich, ich betone es nur immer mal wieder, es wird offensichtlich mehr der Kampf im freien Feld halt eben präferiert, also offensichtlich ist auch das hier wahrscheinlich theoretisch gut in der Killbox geeignet, man kann damit natürlich seine Killbox theoretisch noch, ja, noch mehr OP gestalten, indem man halt, wie gesagt, einfach hingeht und dann seine eigenen sehr gut geschützten Kämpfer hinter einer Barrikade oder sonst wie, dann mit einem zusätzlichen Schild noch versehen, aber seien wir mal ehrlich, das ist ja prädestiniert dafür, dass man das halt auch wirklich mal im freien Feld ausprobiert, weil, ne, da kann man auch dann theoretisch ganz ohne Deckung kämpfen, da geht halt nichts durch, also man sieht hier offensichtlich die Ureinwohner, die können halt gegen dieses Schild überhaupt gar nichts machen, der kommt halt gar niemand mehr durch, ich vermute mal, das hier ist sogar noch ein Seilwerker mit drin, finde ich super cool, ähm, ist natürlich die Frage, die spannende Frage, wenn man das halt im freien Feld einsetzen kann, kann man das natürlich auch in Killboxen einsetzen, wenn so ein Ding in der Killbox drin steht und vielleicht sogar das Schild über eine Mauer hinwegkasten kann, ist das natürlich auch wieder komplett broken. Deswegen bleibt abzuwarten, wo hier die, 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 die Schwäche liegt, ich gehe mal davon aus, da das hier als eines der Strongest, also, ne, der eine der Stärksten, unter dem ich nur Ihnen deklariert ist, wird der wahrscheinlich, wird die Schwäche darin sein, dass das Ding sehr teuer ist, äh, denn eine wirklich klare Schwäche erkenne ich nicht, wenn man dem zu nahe kommt, hat das halt, wie gesagt, die Point Defense, äh, den Point Defense Turret, ansonsten bietet er wirklich eine noch größere Schildreichweite als das kleine Ding hier. Das wirkt sehr, sehr stark und auf den ersten Blick sehr unausgeglichen. Ich kann mir vorstellen, das ist vergleichsweise sehr teuer und sehr selten zu bekommen und das wird dann halt dementsprechend die Schwäche sein. Das wird ein hohes Investment erfordern und wahrscheinlich auch ein sehr, sehr hohes Tech Level. So, das war's, oder? Kommen da noch mehr? Ich, also, natürlich gibt's dazu jetzt noch die, das sind jetzt natürlich nur die Neuen, ne, also, das ist alles, was an Neuen Kampfmax dazukommt und natürlich auch zusätzlich zu den Bossen noch und dann gibt's ja logischerweise die alten auch noch. Es gibt ja auch weiterhin noch Beginiere, Lancer, Schlitter und natürlich auch Raupen, die kann man ja dann schön hier drunter mischen. Man stelle sich hier einfach mal so eine Armee aus 6, 7, 8 Raupen noch vor, die noch nicht mal beschossen werden können. Also, die können dann theoretisch dann mit voller Kampfkraft da rausballern und du kannst da halt nicht mal nah rankommen. Das ist halt wirklich dann ein, ein, ja, wie soll ich sagen, ein Pulk von Gegnern, der wirklich unstoppable ist. Kann man nicht anders beschreiben. So 6, 7, 8 Raupen gegen so ausgerüstete Gegner ist es auch schon wahrscheinlich, ja, absolut tödlich und dann auch noch mit einem Schild versehen, an das du noch nicht mal wirklich brechen kannst. Da muss ich ja überlegen, wenn das hier wirklich eine Point Defense ist, ich weiß ja nicht, wie groß die Reichweite ist, aber du musst ja mal mindestens so nah rankommen, um da irgendwie eine Granate reinzuwerfen, um das Schild dann halt wegzumachen. Da wirst du wahrscheinlich gar nicht weit genug reinkommen. Das wird sehr interessant, hier gegen zu kämpfen. Vielleicht werden die auch, vor allen Dingen, auch die eigene Base raiden. Ich kann mir vorstellen, das wird sicherlich auch der Fall sein und dann wird man früher oder später auch mal gegen so ein Ding selber ran müssen und nicht das selbst nur einsetzen. So, ne, und dann steht es auch hier nochmal, natürlich werden auch alle klassischen Mechanoiden, ja, steuerbar sein, Pikeman, ne, habe ich ja eben schon alles erwähnt. So, und mit der, ja, und das habe ich auch erwartet, tatsächlich, da habe ich mich auch schon drauf gefreut, mit der richtigen Technologie wird es sogar möglich sein, die eigenen Super-McNoids, also die Commander, die Bosse halt eben, ja, zu bauen, aber tatsächlich auch nur den Diabolos und die Warqueen. Das heißt, der Dritte hier im Bunde, der, ich traue mich gar nicht, den auszusprechen, auf jeden Fall, dieser eine Dude, den kannst du halt eben nicht bauen. So, jetzt bin ich sehr gespannt auf die Main Goals mit den Combat-McNoids. Ja, ne, das war klar, das habe ich ja eben schon beschrieben, sie wollen sehr viel mehr Diversität im Kampf haben, die wollen halt eben nicht nur, dass man sich hinter Mauern und Stahl und Beton versteckt, sondern die wollen natürlich auch, dass man sich selber mal raustraut. Ja, 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 also, also Kolonisten insbesondere natürlich, Menschen sind halt sehr limitiert in der Art und Weise, wie sie kämpfen, während Mechanoiden natürlich dann, ja, auch in exotischem Movement, ne, steht es hier drin, Abilities, Weapons, Tools, die kann man halt noch sehr viel exotischer einsetzen. Hier steht es nochmal von, wirklich Schwärmen von billigsten Einheiten, wahrscheinlich bis hin zu Slow-Moving, Tanki-Tunnelers, also wirklich zu sehr, sehr starken, aber sehr langsam, gut gepanzerten Einheiten mit Schielden, das kann sich natürlich alles dementsprechend noch super langsam bewegen, halt, das ist halt Kopf durch die Wand, ne, mit billigem Schrott, sag ich jetzt mal, dann ist das hier wahrscheinlich hochtaktisch, mit sehr, mit vergleichsweise teuren Einheiten, und dann hast du da schon mal zwei komplett verschiedene Arten von, ja, von Angriffstaktiken und natürlich kann man die auch untereinander kombinieren und dementsprechend wird da natürlich eine große Wandfreite an kreativen Taktiken halt eben daraus entstehen, finde ich mega geil, ist bisher für mich persönlich das absolute Highlight dieses, äh, ja, Mech-Knolls, der da oben mit draufgepackt wird, dass man wirklich dann auch auf Strategie, auf verschiedene Strategien hinreißt, da wahrscheinlich gegen verschiedene Gegnertypen andere Strategien einsetzen kann, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, solche Tanky Tunders und vor allen Dingen auch Shield Protected Defenders, das wird, äh, super gut sein gegen viele Dinge, allerdings kann ich mir eine deutliche Schwäche vorstellen, nämlich zum Beispiel einfach einen ganzen Pulk von, äh, ja, einfach 300 Ureinwohner oder sowas, die alle Nahkämpfer sind, das wird dich trotzdem überrennen, weil das beste Schild kann natürlich nicht verhindern, dass da 100 Ureinwohner in deinem Gesicht drin stehen, deswegen gegen Ureinwohner werden wahrscheinlich diese Cheap Swarmers, ähm, die werden wahrscheinlich noch besser, deswegen finde ich ziemlich cool, dass man seine Taktik dann noch wirklich gezielt darauf ansetzen muss und dass man nicht einfach irgendwie nur mit aller Gewalt aus der Killbox rausgezwungen wird, sondern dass man wirklich auch dann etwas Brauchbares an die Hand geliefert bekommt, ziemlich, ziemlich cool. So, der zweite Gedanke, ähm, sie wollen tatsächlich nicht den, also komplett das Human, also das menschliche Element aus dem Kampf entfernen, ne, denn auch hier wieder, geht auch wieder so in Richtung, wir wollen das Ganze emotionaler gestalten, wir wollen das Ganze mit den Kindern und so weiter, es soll natürlich, ähm, es soll immer noch eine menschliche Kolonie sein letzten Endes und es geht auch immer noch darum, die Kolonie dann auch zu defenden, es soll keine reine Mechs-Schlacht dann am Ende des Tages werden, wo irgendwelche, auf irgendwelchen, ja, No-Name-Schlachtfeldern, die einem nichts bedeuten, dann halt eben Berge und Berge von Metall sich einfach nur übereinander hermachen, ne, da steht es auch nochmal, es macht, es ergibt keinen Sinn, die Mechs sollen trotzdem auch für einen Sinn kämpfen, man soll selber auch für einen Sinn kämpfen, das soll natürlich letzten Endes immer halt die, äh, die, ja, menschliche Komponente sein, ne, deswegen müssen oder sollen halt auch, es ist required, also es ist dringend nötig, dass die Mechanators auch, äh, neben, also wirklich alongside, also wirklich direkt neben ihren Mechs dann auch kämpfen sollen, um diese Taktiken dann wahrscheinlich auch anzuwenden und vor allen Dingen wahrscheinlich auch dem Ganzen eine deutliche Schwäche zu geben, ne, genau, so, Facing Down Hostile Mechs, also, ne, feindliche Mechs, Piraten Raids, als auch dann Man-Hunter Packs, also, gerade auch gegen Tier Raids, ne, auch nochmal eine weitere Schwäche von diesen, von diesen Tannlern und Shield Defenders, also der beste Tunnler, wird trotzdem nicht gegen 50 wildgewordene Eisbären dann wahrscheinlich verteidigen können, so, dann geht's um Mechanoid Colors und Names, das nehmen wir auch noch hier mit rein, man kann also auch seine Mechanoiden selbst gestalten, mit verschiedenen, ja, Farben und einen, ne, also, man kann sie individualisieren, würde ich was einfach mal jetzt relativ frei übersetzen, ähm, und dementsprechend dann auch unterscheidbar machen oder sagen, besser unterscheidbar machen von feindlichen Einheiten und man kann sogar Einheiten dann sogar umbenennen, also sprich Mechanoiden, können dann tatsächlich auch die Namen von euch aus dem Fidget tragen. Finde ich cool, ne, hier wird ein schönes Herzchen dargestellt, man kann jetzt natürlich auch Boden einfärben und dementsprechend kann man auch schön Emacs einfärben. Da wird's wahrscheinlich dann auch, das wird wahrscheinlich sowas wie die Haircuts sein bei Menschen, da wird's wahrscheinlich etliche verschiedene Formen geben, sowas wie Tattoos auf dem, äh, auf dem Mac-Körper, ziemlich, ziemlich cool, ne, da sieht man's nochmal, verschiedene Farben. Was ich sehr interessant finde an diesem Bild, das hab ich zufällig, hab ich das letztens schon mal die Tage gesehen, da hab ich nur gesehen, dass man einen Schnitter offensichtlich an, um sich um ein Baby kümmern lässt. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, aber ich bin offensichtlich nicht der Einzige, dem man, dem man kein Baby anvertrauen sollte. Was man hier auch sehr interessant sieht, ähm, find ich total cool, dass man auch hier drüber nochmal so einen kleinen Einpick erhält. Nicht nur, dass ich auch offensichtlich irgendwelche Macs, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob der sich wirklich darum kümmert, das ist ja ein Kampf-Mac, der ist ja kein, also das hab ich jetzt einfach mal so gesagt, der wird logischerweise nicht mit seinen, mit seinen Spitzen, mit seinen Stacheln hier das Baby hin und her karren, sondern das ist ja eher ein Beschützer hier in dem Fall. Aber das hier ist ja offensichtlich ein Mensch oder ich kann auch sein, dass es eine Maschine ist. Auf jeden Fall scheint es irgendeine Art von sehr starkem Buff zu geben, der dann auch tatsächlich, ja, ne, reinkommt, wenn man sich um dieses Baby kümmert. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier passiert. Es kann sein, dass der den irgendwie wiegt oder so eine Art Lied singt. Auf jeden Fall. Normalerweise, wenn man solche Sachen hier angezeigt bekommt, das gibt es jetzt auch aktuell schon, mit lachenden Gesichtern und mit, also ne, ist ja meistens grün, zum Beispiel, also sieht man sehr selten, es gibt zum Beispiel freundliche Paus oder ich weiß gar nicht genau, wie die Traits dazu heißen. Auf jeden Fall, wenn man dann ein freundliches Wort sagt, dann bekommt man so einen grünen Lachsmiley und das gibt es auch tatsächlich dann in Roota-Form, wenn das ein, ja, ich sag mal, Weihnachtsmiley beziehungsweise ein trauriger Smiley ist, dann zum Beispiel, wenn ein gebundenes Tier stirbt oder wenn irgendwie eine Verwandte stirbt oder sowas, dann hast du tatsächlich auch schon, also das, offensichtlich wird das dann erweitert für Kinder, das ist ja offensichtlich ein Baby hier. Ich kann mir also vorstellen, wenn das wirklich ein tagesfüllender Job sein wird, dann ist das auch ganz klar an irgendwelche Moodboni gebunden beziehungsweise anderswo, man muss sich ja immer dann überlegen, was passiert denn, das ist ja letzten Endes vielleicht einfach nur Moralbonus, was passiert, wenn ich das einfach ignoriere und das Kind einfach in die Ecke knalle und dann sage, jetzt werd mal groß, ich dossier mich lieb, was du denkst und willst. Es wird dann wahrscheinlich dementsprechend ein Moral-Malus damit verbunden sein, wenn man sich halt eben nicht um das Kind kümmert. So ein bisschen zu vergleichen, würde ich jetzt einfach mal wetten, wie bei den Raidern, wenn man halt lange Zeit nichts geradet hat, bekommst du halt ordentlich einen Malus rein. Wenn du auf der anderen Seite sehr kontinuierlich raidest, dann wirst du wahrscheinlich einen dicken Bonus reinbekommen und das wird bei den Eltern ganz genauso sein. Ich gebe dabei an dieser Stelle mal zu bedenken, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie krass das reinballert, wenn man allein heiratet in der Rimworld, wo du einfach über, ich glaube, 40 Tage oder so oder beziehungsweise über 30 Tage einen Buff von plus 40 bekommst, was ja jenseits von gut und böse ist, dann will ich mir gar nicht ausmalen, wie das mit einem Kind ist. Das wird wahrscheinlich ähnlich hoch sein und vielleicht auch dann ähnlich tief rein schlagen, wenn man sich dann halt eben wirklich gar nicht um das Kind kümmert, aber das nur mal so am Rande. So, dann gucken wir uns mal ganz kurz die Upgrades an für den Machinator und ich sehe schon, wir sind bei einer Stunde, deswegen die Pollution machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal, sonst wäre das anscheinend, ich denke, das wird nochmal so lange. Auf jeden Fall gucken wir uns noch ganz kurz die Machinator Upgrades an. Das ist wahrscheinlich dann eben diese Technologie, gehe ich jetzt mal stark davon aus, die man dann bekommt, wenn man eben gegen diese Commander dann auch kämpft. Grundsätzlich wird das erstmal als eine weitere Palette von Neural-Implantaten beschrieben, die halt eben, oh, es gibt sogar einen Spezial-Machinator-Armor, es wird also auch eine weitere Rüstung geben, finde ich auch ziemlich cool, wo dann wahrscheinlich gewisse Upgrades schon mit eingebaut sind, wobei die ja eigentlich fest an den Menschen gebunden sein sollen. Muss man sich mal anschauen, was die so kann, diese Rüstung, die wird wahrscheinlich sehr, sehr stark gepanzert sein, denn Panzerung wird das absolut Essentielle sein, man führt ja offensichtlich eine ganze Armee von Kämpfern mit sich, dementsprechend das Einzige, was einem dann wirklich fehlt als Mensch, ist natürlich die Rüstung, man muss ja möglichst lange überleben, das ist ein einziger Job und deswegen gehe ich mal davon aus, das wird eine der am stärksten gepanzerten Rüstungen sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Da gibt es jetzt, wie gesagt, eine Reihe von Implantaten, in denen man Zugriff erhält in Biotech, das ist zum einen der Control-Sublink, das wird wahrscheinlich dann einfach die, genau, das wird die Neural-Implantate, das ist ein Neural-Implantat, was die Macht des Machinators halt eben erweitert, es gibt uns letzten Endes einfach nur erweiterte Kontrolle zu weiteren Gruppen von ja, von Mechanoiden und vor allen Dingen kann es auch den Workspeed und der Arbeiter-Mechs erhöhen, also sprich letzten Endes mehr Mechs, die Mechs, die man schon hat, besser. So, fasse ich das einfach mal so zusammen, dann gibt es einen Remote Repairer, der kann wahrscheinlich dann die Mechanoiden reparieren, kann man sogar Mechanoiden aus der Distanz reparieren, klingt auch schon wieder, ich weiß nicht man, also es gibt immer wieder so, es gibt immer wieder so kleine Punkte, wo ich mir denke, muss das jetzt wirklich sein, wo man halt eben nochmal eine Schippe drauflegt und nochmal eine Schippe drauflegt und klar, jetzt hat man natürlich schon wie oft beschrieben, Max sind expandable und hast du nicht gesehen, aber die muss man doch nicht wirklich im Feld selber reparieren können, aus der Distanz auch noch, ach, weiß ich nicht man, also ich würde mir dann wenigstens wünschen, wenn die kaputt sind, das ist ja bei einem Menschen auch so, wenn er in einem Kampf angeschossen wird, dann muss der, dann blutet er, dann muss er halt ins Krankenhaus, muss sich erholen, man muss halt warten, wie stark das ist, es gibt ja zum Beispiel, ich hatte eben schon mal den Stellaris-Vergleich gebracht, da gibt es ja auch den irgendwelche bio-schirmlichen Hüllen, wo die sich gegenseitig reparieren oder sich selbst reparieren, wenn das Schiff steht, die sind halt deswegen komplett nicht viable, weil die halt super langsam sind, also in Anführungszeichen das lohnt sich nicht, sowas dann überhaupt zu leveln oder sowas halt dafür dann halt vielleicht irgendwie auf stärkere Sachen zu verzichten, aber trotzdem, also es ist schön, dass das dabei ist, aber es klingt auch schon wieder auf dem Papier jetzt erstmal relativ OP, so, ne, kriegt also, ja, irgendwelche Self-Repair-Mechinites mit dabei, kann sich auf jeden Fall, ist super für Long-Distance beziehungsweise mit Combat-Repairs, also sprich, ist das letzten Endes einfach eine passive Reparationsmechanik. So, dann gibt es einen Remote-Shielder, äh, okay, allows Mechinator to protect a shield onto a friendly Mechanoid, okay, also man kann sogar mit einem Schild, einem Remote-Shield, kann man auf seinen eigenen Mechanoid ein Schild projizieren, ach, ist ja cool, okay, das finde ich interessant, also man bekommt so eine Art, ich vermute mal, das wird ähnlich sein wie eine Psy-Kraft, allerdings dann eben auf mechanischem Level, da kann man auf einem befreundeten Mechanoiden-Einheit kann man ein Schild projizieren, um dieses, einem kritischen Moment halt wahrscheinlich den Mechanoiden länger am Leben zu halten oder ihn halt zu, ja, zu saven, wobei Save wird wahrscheinlich auch eher, es wird wahrscheinlich eher darum gehen, dass man einen im Kampf kritischen Mechanoiden länger am Leben halten kann, finde ich cool, dass auf der anderen Seite, wie gesagt, man muss abwarten, wie krass sich das Repair auswirkt, aber das finde ich tatsächlich sehr viel logischer, das wird wahrscheinlich auch mit einem Cooldown versehen sein, das wird in irgendeiner Art und Weise, ja, Mana oder Aktionspunkt oder sowas wir brauchen, kann ich mir vorstellen, so, dann haben wir noch den Gestaltungsprozessor, damit wird man dann wahrscheinlich, genau, damit wird wahrscheinlich mit diesen Gestaltungstanks dann interagieren können und man kann damit den Speed, also beziehungsweise die Geschwindigkeit der Mechanoiden-Produktion und vor allem natürlich auch die Wiederbelebung dann halt eben antreiben, absolut logisch, dass das drin ist, finde ich gut, dann gibt es noch eine Repair Probe, Je mehr Mechanoiden, desto mehr Reparationen, okay, okay, also das hier nimmt wahrscheinlich dann, das ist nochmal anscheinend irgendwie ein Upgrade hierzu, auf jeden Fall kann damit dann der Repair Speed, aber wahrscheinlich wird das eher, du kannst wahrscheinlich auch Mechanoiden an irgendeiner Werkbank oder sowas reparieren, denn hier steht ja letzten Endes nur, dass man sie produzieren kann und wiederbeleben kann, es kann ja auch durchaus sein, dass du Mechanoiden nach einem Kampf dann vielleicht eben, wie gesagt, schneller reparieren möchtest als hiermit und dann wirst du das wahrscheinlich da mitmachen können, also sprich, dann wird wahrscheinlich, es wird ein Unterschied sein zwischen der Mechanator geht zu dem Mac hin und repariert ihn dann händisch, weil ich hatte ja schon mal gestern erwähnt, das ist ja ein Schmiedeprozess, es ist ja offensichtlich ein Handwerksprozess und dementsprechend wird der dann wahrscheinlich selber Hand anlegen, das hier wäre dann auf Distanz wahrscheinlich sehr viel langsamer und das hier wäre dann quasi nah dran und dementsprechend wahrscheinlich sehr viel schneller und damit kann man dann diese andere Art von Reparieren kann man dann halt eben ja, buffen. So, dann kann man hier diese Implantate anscheinend auch sehr viel, also ne, gleichzeitig oder öfter installieren. Also anscheinend, das scheint wirklich so eine Art, also man scheint diesen Tech-Tree, den man bei den Machinators zu geht, den scheint man so ein bisschen in den Schädel des Machinators selbst zu verlegen, also sprich, da ist es nicht nur damit getan, dass man dann diese Sachen erforscht, sondern man muss sie dann tatsächlich auch einbauen und ihn dann wirklich zu einem Extrem-Powerful, also zu einem sehr, sehr kräftigen beziehungsweise sehr, sehr machtvollen Machinator zu machen. Aber Power kommt mit großen Kosten, natürlich. Ja, ne, man braucht für alle, für alle wirklich High-Level, also für die wirklich wichtigen Machinator-Upgrades braucht man dann auch wirklich Hightech-Chips und die kann man dann auch wirklich nur gegen die, oder von den Super-Mechanoids bekommen. Finde ich cool, also sprich, selbst wenn man dann irgendwann alles erforscht hat und selbst wenn man sich wahrscheinlich dann Kampf-Mechanoiden in rohen Massen produzieren kann, wird man die wirklich wichtigen Dinge, also sprich, vor allen Dingen das und es steht und fällt, ich habe es gestern auch mehrmals erwähnt, alles mit dem Machinator, es steht und fällt alles mit seinen Upgrades, die kann man auch dann wirklich nur von den Commandern dann bekommen und dementsprechend wird das halt immer der Flaschenhalt sein, gehe ich stark davon aus, du kannst auch so viele Machs produzieren, du wirst sie irgendwann nicht mehr kontrollieren können, du musst dann gegen diese Super-Mechs ran. So, und währenddessen gibt es noch spezialisiertes Gear, also sprich, Ausrüstung für den Machinator, aber zum einen die Headsets, die werden anscheinend sind Head-Mounted-Comps, also wahrscheinlich so ein bisschen, es gibt ja aktuell auch schon dieses Ziel-Guiding, also diesen Ziel-Computer für den Kopf, der, wo du dann halt letzten Endes keinen Helm aufziehen kannst dafür. das, ja, dieses Headset anscheinend erhöht das halt eben die Anzahl von Mechanoiden, die man kontrollieren kann, wahrscheinlich zu Lasten der Schutzwirkung des Kopfes, sondern gibt es ein Machinator-Pack, das wird wahrscheinlich auch ein Rucksack sein, damit kann man die, die Bandbreite wahrscheinlich, ja, erweitern, ne, gibt einem mehr Flexibilität und kann man mehr Kontrollgruppen mit, und wie gesagt, mehr Bandbreite, also ich kann mir einfach vorstellen, damit wird die Kontrollbandbreite, also beziehungsweise die Kontrollreichweite erhöht und auch die Anzahl der Gruppen. So, dann gibt es auch den Mech-Commander und Mech-Lord-Armor, ne, das wird also dementsprechend die Rüstung sein, das ultimative Mech-Machinator-Gear, mhm, mhm, so, also diese Power-Assisted, also sprich, das ist eine Power-Armor, also dementsprechend habe ich ja schon gemeint, gut gepanzert wahrscheinlich, mit fetten Panzerplatten versehen, wie das bei allen Power-Rüstungen der Falle ist und das wird die Reichweite, die Bandreichweite des Mech-Inators erheblich erhöhen. Letzten Endes, ne, die große Schwäche des Mech-Inators ist halt eben, dass er mit im Kampf stehen muss und was macht das beste Gear des Mech-Inators? Natürlich diese Schwäche nicht negieren, aber natürlich so ein Stück weit abfedern, sprich, du hast wahrscheinlich einfach mehr Möglichkeiten, den irgendwo weiter hinstehen zu lassen, während deine Max dann da vorne halt eben Randale machen. So, war jetzt sehr viel, ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir kommen ein bisschen schneller durch, ich hatte mit dem Gedanken gespielt, dass wir vielleicht die Pollution dann doch noch mit reinnehmen, aber es war jetzt eine ganze Stunde. Ich würde das, wie schon erwartet, dann wirklich noch ein weiteres Video teilen. Es gibt jetzt inzwischen auch sogar noch ein weiteres, noch einen weiteren Post zu dem ganzen Gene-Controlling und Leveling und hast du nicht gesehen, also das ist ja tatsächlich immer noch nur ein Punkt. Ne, wir reden jetzt schon das zweite Ein-Stunden-Video darüber, was allein die Mechs so treiben und da kommt ja, wie gesagt, jetzt auch noch die Pollution dazu. Das ist ja nur eine Hälfte des neuen DLCs, denn jetzt kommen ja dann auch noch irgendwann die Gene mit drauf. Es ist unglaublich viel, also ich bin auch jetzt schon fröhlich am spekulieren. Das wird natürlich im Spiel selbst nochmal sehr viel ausführlicher sein. Man erfährt ja auch in Teilen auch nur Ansätze zu dem, jetzt hier auch gerade zu dem Gegner. Man wird wahrscheinlich nur ultra viel entdecken können, also ganz ehrlich, wer hier drauf nicht halbt ist, der in irgendeiner Art und Weise schon mal Rimworld gespielt hat, dann weiß ich auch nicht. Es ist unglaublich, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und es ist wirklich so tief und auch in sehr vielen Teilen so durchdacht und auch wenn ich ab und zu mal ein bisschen meckere, auch vielleicht gestern nochmal zu dem Video, dass ich ein paar Sachen auf dem Papier zur OP finde. Ich betone es nochmal, das ist halt, wir sehen halt keine Zahlen, wir sehen halt erstmal nur den Gedanken dahinter und gerade solche Schildsachen, mobile Schildsachen, auch dass die, dass die Arbeits-Macks, wie ich persönlich finde, also ich bin sehr erleichtert, vielleicht nochmal als abschließender Gedanke, dass die, dass die, die, ja die Kampf-Macks halt eben nicht so brutal überladen sind, dass die halt eben nicht noch irgendwie zwei Utility-Slots haben und irgendwie nochmal Doppelwaffen und Nahkampf und Fernkampf, ich weiß nicht genau, warum sie das bei den Arbeits-Macks gemacht haben, sage ich euch ganz ehrlich. Klar, bei den, bei den Tannlern sehe ich das ein, die sollen halt eben ein Multi-Use, also die sollen halt eben nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Kämpfen gedacht sein, das sehe ich noch ein, wobei ich da auch das Schild weggespart hätte, aber viele andere Bots, die halt eben wirklich nicht nur zum Staubsaugen gedacht sind, die können ja auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zuhauen und die sind ja anscheinend auch nicht so teuer, deswegen, das hätte nicht sein gemusst, aber man merkt schon, es ist durchaus alles durchdacht, denn letzten Endes, ganz egal wie OP die Dinger sind, die sind letzten Endes trotzdem an den Machinator gebunden und das bleibt ein Mensch und der Mensch bleibt halt die schwächste Glied in der Kette. Dementsprechend alles schon okay, wir lassen uns mal überraschen, wie das Ganze dann wirklich im Spiel aussehen wird, wie OP dann sowas hier sein wird, so ein Remote Repairer, das bleibt jetzt so erstmal im Text nicht wirklich zu erschließen, dementsprechend müssen wir das dann wirklich ingame sehen, ja, deswegen, ich bedanke mich, ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, gerne, morgen kommt noch ein Video und übermorgen dann offensichtlich auch, wir werden die ganze Woche noch ein bisschen über RimWorld Biotech sprechen, ihr könnt natürlich diese Sachen auch immer zu bei, ja, bei Steam selbst finden, ich hab das jetzt einfach mal von der Steam Seite, es wird wahrscheinlich auch auf der, auf der Seite der Entwickler dann halt eben, wird es da wahrscheinlich auch irgendwelche Blogposts zu geben und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr dann morgen wieder einschaltet, dann reden wir da so ein bisschen über die Pollution und gucken wir uns doch mal an, wo dann halt eben eine dieser größten Schwächen der Macs sind, denn bisher haben wir ja einfach nur von sehr vielen Stärken gelesen, offensichtlich leidet die Natur ein wenig, wenn wir dann auch wirklich haufenweise Macs bauen, aber das sehen wir dann morgen in einem frischen Kopf, in einem frischen Video, deswegen, einen schönen Tag euch noch und ja, man sieht sich. Vielen Dank, dass ich mir in der Zwischenforschläge es war ja ein bisschen mehr und was auch ganz viel so ein bisschen mehr wie ich da nuevo neun, Und wir da sind jetzt, das war ja auch gar nicht mehr, da war ja. Untertitelung des ZDF, 2020